Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Nations League Ohakel. Heute mit der Partie Spanien gegen England. Ja, wird denke ich ein ziemlich schönes Duell. Ziemlich spannend, auch mit vielen Toren rechne ich da natürlich. Und auch heute wieder sechs Päckchen der WM 2018 am Start. Und da rede ich gar nicht lange um den heißen Brei herum, sondern beginne einfach gleich mal mit der ersten Viertelstunde. Wir beginnen mit dem Belgier Ratchen Nainggolan. Dann Christian Cuiwa für Peru. 1 zu 0 für Spanien. Thiago macht es natürlich, wer sonst, als dann die Bayern-Spieler treffen. 1 zu 0 für Spanien, somit nach wenigen Minuten. Dann das Mannschaftsbild von Peru. Und William Trostekong für Nigeria. Ja, nach einer Viertelstunde führt Spanien bereits früh gegen die Engländer. Dann im nächsten Päck haben wir Eduardo Salveo für Argentinien. Dann Francisco Calvo für Costa Rica. Legend-Sticker Spanien und somit erhöht Spanien. Zum 3 zu 0, also die Vorentscheidung vielleicht sogar schon in dieser Partie. Weil Glitzer-Sticker zählen immer doppelt. Und auch von England gibt es einen Legend-Sticker. Also würden beide Legend-Sticker zählen. Somit 3 zu 0 für Spanien nach einer guten halben Stunde. Ryan McGovern haben wir noch für Australien. Und Philipp Kostic für Serbien. Ja, also 3 zu 0 nach einer halben Stunde. Dann im dritten Päckchen haben wir Maya Yoshida für Japan. Dann schon wieder das Mannschaftsbild von Peru. Also zur Zeit ziemlich viele Doppelte bei den Orakels. Dann Marcelo für Brasilien. Und das 4 zu 0 für Spanien. Es gibt sogar eine Vitolo trifft auch noch für die Spanier. Also sie treffen heute, wie sie wollen. Und 4 zu 0 zur Halbzeit schon zwischen Spanien und England. Und ja, Abdul Marek Al-Kaibri haben wir noch für Saudi Harbin. Somit Halbzeit. 4 zu 0 für Spanien. Diese Partie ist entschieden. Dann im vierten Päckchen haben wir Luis Tejada für Panama. Carol Linnetti für Polen. Jesus Galado für Mexiko. 5 zu 0 Spanien. Jordi Alba trifft auch noch, also bei Spanien. Die sind heute in Torlaune und bei England läuft einiges falsch. 5 zu 0 einfach mal für Spanien. Und das schon nach 60 Minuten. Dann haben wir auch noch Paolo Hurtado für Peru. Also so einen hohen Sieg hatte ich bisher noch nie in einem wirklich Orakel. Ja, bei 6 Päckchen, wenn da überall Spanien drin ist, dann wird es halt hoch. Aber ich verstehe nicht, warum England so offen hinten steht. 5 zu 0 schon Spanien. Ja, historisch auf jeden Fall. Dann im vorletzten Päck haben wir Milad Mohammadi für den Iran. Dann Horto Magnusson für Island. Die Isländer hatten wir davor schon in Mohakel. Dann Mannschaftswilf von Kolumbien. Hugo Ayala für Mexiko. Und Dian Nofen für Kroatien. Kein weiteres Tor für die Spanien. Da schießt er eh schon 5 zu 0. Die Entscheidung ist gefallen. Wenn es noch ein Ausgleich sein soll für England, müssten jetzt 5 Engländer in einem Pack kommen. Aber das gibt es nicht. Also Spanien hat heute schon mal gewonnen. Kommt nochmal ein Engländer oder ein Spanier im letzten Pack. Wir beginnen auf jeden Fall mit Jimmy Dumac für Schweden. Und das gibt es nicht. Schon wieder Jordi Alba. Hier Jordi Alba zum zweiten Mal. Also 6 zu 0 Spanien gegen England. Vielleicht treffen ja die Engländer nochmal einen Ehrentreffer. Würde ich ihn auf jeden Fall noch gönnen. Nigera, ja. Etebo Ochencaro. Carlos Baka für Kolumbien. Und Pranislav Ivanovic für Serbien. Somit, ja. Spanien deklassiert England mit Sage und Scheibe. 6 zu 0. Sechs Sickerbäck haben wir gehabt. Und die machen einfach 6-0. Den Glitzer-Sicker, denke ich, werten wir als Doppelpack von Paco Alcachéa. Der momentan auch in der spanischen Nationalmannschaft abgeht. Letztens auch erst doppelt getroffen im Test. Ja, Jordi Alba trifft dann noch doppelt. Dann noch Thiago und Vitolo, das sind die Torschützen. Für die Spanier und die Engländer können einem schon wirklich leid tun. Hatten einen schwarzen Tag gegen die Spanier. Und somit war es das dann auch mit diesem historischen Ohakel. Höchster Ohakel-Sieg bei mir bisher. Also bis zum nächsten Mal. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.